Fast mein ganzes Leben lang habe ich lange Haare, habe sie wachsen lassen, wieder abgeschnitten, weiter wachsen lassen. Seit gut 10 Jahren gehen sie mir mindestens bis zum Po und in der Zeit waren sie sogar schon mal bis zur Wade. Im letzten Jahr habe ich euch gezeigt, wie ich von über Knielänge bis etwa auf Mitte Oberschenkel zurückschneide. Das ist jetzt, knapp ein Jahr später, meine aktuelle Länge. Aber schon seit einer ganzen Weile spuckt es mir durch den Kopf, dass ich sie vielleicht gern noch ein bisschen kürzer hätte. Wer gleich wissen möchte, wie ich mich entschieden habe und es nicht aushalten kann, kann jetzt bis zum Ende vorspulen und sich das Ergebnis anschauen. Aber ich möchte natürlich niemanden sonst die Spannung nehmen. Wie immer habe ich gründlich alles vorbereitet, was ich brauche, wenn ich meine Haare selber schneide. Das habe ich euch in meinen vorangehenden Videos schon ausführlich gezeigt. Ich habe also eine Schere, ein Maßband, eine Bürste, ein Kamm und Haargummis bereitgelegt. Hier im Bild nicht zu sehen ist ein großer Standspiegel. Den brauche ich, um zu sehen, was ich überhaupt mache. Um darin dann später das Ergebnis auch von hinten sehen zu können, habe ich auch noch einen kleinen Handspiegel. Meine bereits vorhandenen Videos mit den Erklärungen zum Haareschneiden, also welcher Schritt ist für welche Form notwendig und so weiter, packe ich euch natürlich in die Infobox. Genauso auch wie den Link zum Video vom großen Schnitt im letzten Jahr. Im heutigen Video könnt ihr mir einfach nur zuschauen, wie ich die Schritte nacheinander durchführe. Ihr könnt das Video natürlich jetzt auch ausschalten, wenn ihr es gar nicht sehen wollt und ihr genug von dieser Haarschneiderei habt. Ihr könnt vorspulen und euch nur das Ergebnis anschauen. Oder ihr könnt, wie gesagt, zusehen und vielleicht auch ein bisschen zuhören. Oder ihr könnt, wie gesagt, zusehen und vielleicht auch ein bisschen zuhören. Jetzt ist es soweit. Sie hat es getan und hat die ersten Haare abgeschnitten. Und ja, vielleicht habe ich vorher extra das Fenster zugemacht, damit ihr das Geräusch vom Schneiden gut hören könnt. Ich finde das nämlich irgendwie immer cool. Aber das meinte ich nicht unbedingt beim Thema Zuhören. Auch wenn mir der Blick in den Spiegel gezeigt hat, dass das noch nicht ganz längeweit ich angestrebt hatte und ich somit gleich nochmal von weiteren Haarschneidegeräuschen unterbrochen werde. Ich möchte die Zeit vielleicht nutzen, um ein paar Gedanken mit euch zu teilen über mein Leben und meine Erfahrungen mit langen Haaren und vor allem, was ich mir wünschen würde. Aber erst mal... Psst... 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.